ARD Text im Auftrag von Funk 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 Der Mann da in diesem sehr defensiven Outfit, der hat gesagt, du bist eine Profisängerin. Ich weiß, von Anfang an. Er war sehr, sehr sicher. Warst du eine Profisängerin oder nicht? Endlich! Danke. Schauspielerin vom Beruf, aber jetzt wahrscheinlich Sängerin, oder? Wie toll bist du bitte? Ich muss mich hinsetzen. Es war einfach wunderschön. Jedes Mal, nach jeder Runde, nach jeder Sendung. Ich bin weiter, ich bin weiter, ich bin weiter. Die Namen, die alle fehlen. Ich dachte, das kann ich sein. Aber ihr wart von Anfang an auf der falschen Fährte. Und dadurch habt ihr die Kurve nicht mehr gekriegt. So läuft mein Leben. Das war wunderschön. Das war wunderschön. Ja, hast du es genossen? Es war so toll. Jetzt nehme ich das endlich. Dein Vater ist da! Hallo! Wer ist dein Vater? Ich weiß es nicht. Ist das toll? Geil. Geil. Nur die Liebe zählt. Auch das heute. Du wirst deinen Vater kennenlernen. Na, ist das schön? Sehr gut. Sehr gut. Genieß es einfach. Felicitas wohl. Wann gründest du eine Band? Wann gehst du auf Tour? Wann machst du eine Platte? Ich bin erreichbar. Ruf mich an. Call me. Das ist Wahnsinn. Was war das Schönste? Es war einfach, ich kann das gar nicht sagen, was das Schönste war. Es war einfach unglaublich und es war sehr, sehr anstrengend. Wirklich ist es sehr schwer, sehr, sehr warm. Ich habe wirklich beim ersten Mal gedacht, ich falle in Ohnmacht. Aber ich habe es durchgezogen und ich habe es wirklich geliebt, hier zu singen. Ich habe mir immer gewünscht, auf der Bühne zu spielen und zu singen. Wann? 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 Und hier konnte ich das machen und vielen Dank. Ihr wart wirklich super. Ich muss sagen, auch alle hinter der Bühne waren so toll und zauberhaft. Das Licht, alle. Kostüm. Und du hast so viel Licht auf dem Rücken, das siehst du alles gar nicht. Gar nicht. Da ist so viel Technik drin, dass ich immer dachte, ich kriege einen Kurzschluss ab. Oh nein, 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 nein. Nein. Da passen wir auf. Und jetzt darfst du ja zumindest das Köpfchen abnehmen. Wir wollen dich noch mal hören. Felicitas Wol war der Fantastische Igel. Du bist für все schön dabei. Welche Any hot-blooded woman I have simply wanted an object to crave But you, you're not allowed You're uninvited, an unfortunate slave Like, like any unshotted territory I must see greatly ensuing But this is not allowed You're uninvited, an unfortunate slave Du kannst von unseren Masken und unseren Auftritten nicht genug bekommen, dann klicke hier. Oder abonnier doch gleich unseren Kanal, um kein einziges Video zu verpassen. Ich würde es tun, da unten. Außerleben kannst du hier nochmal alle Folgen in Ruhe auf Join ansehen. Danke. Danke. Danke.